So, liebe Starbauer und Freunde, wir sind wieder zurück und unser hyperintelligentes Raumschiffnetz, kurz hören, hat uns hier diese Mission gegeben, Erchos Backbau Anlage. Diese Anlage ist die Hauptquelle für Erchos Kristalle, mit denen du den Hyperantrieb deines Schiffes betanken kannst. Ja, und ich weiß, ich kann manchmal denken, was uns da erwartet, und das müssen wir leider machen. Ja, dann mal Fischspaß. Ja, danke. Ich weiß gar nicht, ob man noch irgendwas anstellen musste hier. Da kann man nichts mitnehmen, ne? Naja. Coole Musik. Ach, ich muss erstmal alles wieder herstellen, okay. Und zwar das da. Kann ich mal Taschenlampe nehmen hier, ja. Kann ich hier irgendwas machen? Ja, kann ich offenbar. Oh oh. Oh, die sind ein bisschen hart. Ah, die machen aber extrem viel Damage, ey. Jetzt kann ich ja eh runter, ne? Alter. Alter. Was macht denn, machen die denn für ein Damage, alter, ey? Janie ist klar. Ich komme nicht durch. Ich komme nicht durch. Ah. Ah. Ja, was soll ich machen? Was ist das denn für eine Scheiße wieder, ey? War ja so klar, ey. Ich muss das machen, ey. Sonst kommen wir nur auf diesem Planeten, ne? Hammer ist das wieder mal Muss ich das alles von vorne machen sozusagen Na natürlich Tschüss du Ja geil Ich weiß nicht wie ich da durchkomme Und die Fücher nerven mir an Dorns Hammer Muss ich leider alle abschlachten Das geht nicht anders Kann ich mir noch was kraften hier Was ist das? Was ist das? Was ist das? Körtsch! Dieses Zeug brauchen wir, das können wir aber noch nicht abbauen Ah nein Nein Ah meine Güte ey Ah die helfen mir, okay Danke Leve ich auch dir Oh mein Gott ey Geht's hier noch irgendwo hin? Ne Na komm ran Ah Doch nicht so Doch nicht so Oh Mann Hmmm Yeah, unsere Kollegen hier, nice. Sorry, aber ich will denen ja nix tun, die sehen ja lustig aus, aber... Na, wenn es dir anders geht. Und das wird noch viel lustiger hier, auf jeden Fall. Kommt, Kollegen! Hilft mir! Kommt, komm mit! Ja, 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 ja. Ich komm mal wieder teilweise, wa? Ich weiß nicht, wo ich hin muss, es gibt tausend Wege. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, es gibt tausend Wege. Ich komm irgendwie nicht gegen die an, ey. Nein, ich wollte hier nicht runterfallen. Nein! Oh nein! Ich wollte es nicht! Ist nicht zu fassen, ey. Es ist nicht zu fassen, ey. Meine Fresse, das war wieder so klar, ey. Immer spiele ich was und immer verkacke ich, ey. Und da kann man immer schön alles von vorne machen. Geil! Das ist doch scheiße einfach, ey. Er ist immer von vorne, ey. Ja, mega hammergeil, ey. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ey. Immer, ey, immer in everything spiele ich komme nie weiter, ey. Das ist dumm, ey. Ach, komm ich auch nicht weiter. Ja, geil. Ja, geil. Ja, hammer, 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 hammer. Psst. Ach, geht nicht. Haben wir Pflasterstein? Haben wir auch nicht, ne? Ach, das ist doch wieder scheiße, ey. Mein Gott, nein, will ich nicht. Habt ihr schon mal ein Spiel erlebt? Was ich, obwohl ich alles locker schaffe? Nö, ne? Schlamm- und Pflasterstein, Eisenbahren. Haben wir überhaupt Eisen hier irgendwo? Nein, hab ich natürlich nicht da reingepackt. Hier ist Eisen erst. Ja, wahrscheinlich haben wir überhaupt eine Rüstung. Mann, ich komme mit den ganzen Tasten durcheinander hier. E, I, und, ja, und ja, toll, wenn man auch Minecraft spielt, ne? Dass ich nicht einfach mal geschillt sein kann. Es geht einfach nicht. Also, gegen die kommen wir auf jeden Fall nicht an. Dude. Dann kommen wir auf diesen Planeten aber nicht runter, wenn man es nicht schafft. Das ist die Krux natürlich dabei. Da müssen wir mal gucken, was wir uns noch mehr... Ob wir uns irgendwas herstellen können. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt eine Rüstung haben. Wie es aussieht. Wie viel Damage die machen. Nicht. Das kann ja gar nicht sein. So viel liegen da nicht andauernd unsere Sachen oder so. Das wäre natürlich auch ärgerlich. Wo haben wir hier Schlamm? Ist das Schlamm hier? Aber erst mal muss ich die Nervensäge da wegmachen. Das ist Schlamm, ja. Wenn das so nicht funktionieren kann, tausend Gegner da... Die muss... Die muss man ja irgendwie abschlachten. Sonst geht das nicht. Und wenn die so viel Damage machen... Das kann ja auch gar nicht so funktionieren. So, wo packt ihr das denn rein? Sorry, dass ich mich immer aufrege. Es geht nicht anders. Es tut mir leid. Ich will es auch nicht selber. Überhaupt nicht. Das könnt ihr mir glauben, ey. Es geht aber nicht anders. Ich müsste eigentlich mal was anbauen hier. Alles und so. Das ist ein bisschen mehr Pflasterstein. Was? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das können wir machen Hölzer in der Werkbank, Webstuhl Das machen wir auch mal Und Amboss brauchen wir Okay, den müssen wir sowieso noch einschmelzen Hä, wo packt ihr die Sachen jetzt hin? Hä? Wo sind die denn? Ich musste da auch jetzt so lange vorstehen Bis das immer gecraftet ist Scheinbar ja Scheinbar kannst du nicht alles hintereinander wegballern Nochmal alles Wiederholung ist man ja gewohnt Auf diesem Channel hier, naja Wo soll man das wissen Überhaupt So, jetzt drücke ich natürlich wieder E Weil ich jetzt auch aus Minecraft gewohnt bin Ach, ist ja herrlich So, hier kommt der Ofen hin Da kommt das Ding erstmal hin Da kommt das Wichtigste hin Und das weiß ich noch nicht, wo ich das hinpacken soll Hier Platz ist hier auch nicht so viel So, Eisenbahnen Das Gewinn ist schnell Das Feuer hört sich an wie bei Sephora ist übrigens So, mehr gibt's nicht Gold haben wir noch nicht Glas können wir hier auch machen Sand Ah, Leben Glas und Eisenbahnen Okay Papier Ja Aus Bombenstimmen Ja Aber macht immer nur einen weg Okay Mach ich nochmal diese Neun Schießpulver Das Kernfragmenten Gewebe Schnur Und dann kann man hier Das ist halt für die Kleidung Und das ist für Farbe Und so Das kann man machen Brauchen wir aber nicht unbedingt Oder Was kann man hier machen Holzgießkanne Mottenfalle Das ist alles ganz nett Hacke Da brauchen wir natürlich noch Eine Schnur Angelrute Jagd Ja Holzluge Holztor Und noch ganz nett Eisenbett Eisenstuhl Kupferstütze Pilskiste Hier ist das ganze andere Gedöns Feste Erde Holzläden Kupferplattform Wir brauchen noch den Ambus Stoff Um aus Stoff und Erzen Rüstung und Waffen Herzustellen Ja das ist natürlich Ganz wichtig Oh Mann was mache ich denn da Ey Passt er noch irgendwo hier hin Natürlich nicht Natürlich nicht Früher gerne immer diese Dinger gebaut Ich muss auch gerne hier fortführen Und dann muss es immer noch ein bisschen klarkommen hier Und dann haben wir das dahin gebaut So Kükenbrustpanzer Und bla 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 Eisenbahnen Gewebeschnur Spatzenhirn Aha Okay 9 4 Guck mal Der macht zum Beispiel 12,5 Macht natürlich noch mehr Aber Leder und Watte und so Das haben wir alles noch gar nicht Muss immer nach und nach Und hier natürlich die Schwerter Und dies und das Atmungsgedöns Och ist alles ganz nett Da muss ich mal ein bisschen rumgucken Und dann machen wir in der nächsten Folge damit weiter Sonst wird das nichts mit der Emission Vielen Dank fürs Zuschauen Und sorry nochmal fürs Aufregen Und bis dahin